Ähh... Harry? Kannst du mich bitte rein lassen? Ich hab... Ich... 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 Ich will sogar nix dir sagen, wah? Ich hab echt Schiss, wah? Also, ohne Flachs. Ich glaub was da unten auf mich wartet ist nicht gut, auch wenn's mein Kollege war und weiß wie's mit Kollegen ist. Die mochtest du von Anfang an schuldig? Ist der Grund, weswegen du gehst? Und wenn sie in Rente gehen, dann feierst du auf alle Fälle eine Party und wirst du endlich weg sind. Also, freuen tu ich mich nicht. Okay. Ja, Freunde, die guten Leute, bis heute herzlichen Willkommen. Ich würde einen schönen guten Tag. Ich hab mich dazu entschlossen, eine zweite Folge zu machen. Ich will über meinen Schatten springen, wa? Ich will gucken, was erwartet mich hier bei Still Wakes the Deep. War das so gewesen? Yes, Still Wakes the Deep. Oh, Gottes Willen. Ich hab echt Schiss, wa? Ich bin kein Horror-Fan. Ich weiß nur eins. Taschenlampe ist wichtig. Ich duck mich mal hier. Und jetzt, also hier ist ja irgendwas passiert, wa? Oh. Hallo? Oh, scheiße. Ich hab echt Schiss, ey. Das ist, ey, ohne Flachs. Ey, das ist echt Kacke. Ey, wenn ich mich jetzt hier erschrecke, ja? Ich duck mich hier einfach. Dann säg nur die Füße, wenn irgendwas passieren sollte. Weißt du? Harry? Kennst du mich mal irgendwie... Oh, fuck. Harry? Ach, du Scheiße. Was ist das? Was ist das? Ach so, die. Nee, 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 wieder hoch. Hä, wo soll ich denn sonst lang? Was ist das hier? Kann ich nicht nehmen. Ey, das Spiel hat so schön angefangen, wa? Weißt du. Harry, ich komm jetzt wieder zurück, ja? Ach, da lang. Ah, scheiße. Ja, alles gut. Mir geht's gut. Falls jemand gefragt hat. Ich duck mich einfach. Ducken ist immer gut. Ducken und nach unten gucken. Das ist die Devise. Alter, ich hab wirklich... Hallo? Oh. Hallo? Oh. Kollege? Boah, du, der zieht... Den geht's Harry. Ich glaub, denen geht's gut. Oh. Alter, ich hab mich... Ich geschreck mich hier aber wirklich... Öfters, wa? Hä? Werfen. Oh, nein! Scheiße, das war meine Waffe gewesen. Sonst irgendwas hier? Ach, Mann, ey. Gut, dann nehmen wir jetzt nochmal. Ha! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das Leben ist so wunderschön. Und alle. Wir singen durch die Nächte. Und alle haben Angst. Okay, wird es heiß. Was wummelt denn da herum? Okay, vielleicht diejenigen, die vielleicht jetzt in der Live-Premiere einschalten sollten und sich fragen, hä, was macht der da, warum duckt der sich? Ja, das ist, äh, das ist die Technik, die hab ich mal erlernt. Äh, ja, nun? Oh, nee, geh jetzt nicht da runter. Kommt! Meine Waffe. Okay, nochmal ducken. Leg mich am Sack, ey. Scheiße, das ist aber mit meiner Waffe, warte mal, ich muss meine Waffe erst mal holen. So. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo ist meine Waffe? Wo ist, ist meine Waffe runtergefallen? Da. Okay. Einfach nur ins Löchlein treffen. Ah, scheiße. Da. Okay. Da oben. Ey, Mann, 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 Mann. Kleine Mädchen spielen bestimmt solche Spiele und ihr kriegt hier Schiss. Aber sei erst mal auf so einer Bohrinsel. Verdammte Scheiße. Au, da kommt mir nichts zu mir zurück. Oh, oh. Nein! Meine Waffe! Ach, scheiße. Egal. Harry! Wer ist der eigentlich? Bin ja einfach Mirko. Mirko ist ein schöner Name. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Mirko ist ein wunderschöner Name. Mirko, ich duck mich wieder. Immer wieder. Mirko. Ach, guck mal hier. Deswegen muss ich mich ducken. Oh, was ist das? Ein Schuh. Mirko hat einen Schuh verloren. Mirko. Noch ein Helm. Den kann ich aber nicht aufheben. Hä? Äh. Ja, nun? Ach so. Oh, oh. Mirko? 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 Für die Liebe. Für Gott. Oh. War da was gewesen? Wissen? Nee. Mirko? Ey, da ist so ein Lageplan. Da komm ich ja immer gar nicht klar. Ich bin da. Tankwasser. Mirko? Mirko? Wenn du sauer bist, weil ich dich Mirko nenne, ja? Ich weiß nicht, wie du heißt. Das ist so ein Ding, wa? Oh, okay. Oh. Scheiße. Verstecken ist nicht gut. Mirko? Was war das? Mirko? Mirko? Oh nein, 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 nein. Es war ja wieder klar gewesen, darf ich hier durchstehen? Ach komm, Alter, leck mich doch. Ich geh doch einfach nach Hause. Was ist das? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wer, 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 was? Ich bin ja kein Schritt mehr. Ich will ja nicht, ich will doch nicht. Mirko, ich muss aber. Ach, Kippo. 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 Mirko. Oh. Scheiße. Mirko? Ah. Ah. Ach Gott, wer schreit denn hier? Mirko? Mirko, wir können über alles reden. Oh. Oh. Alter, wo ist der denn? Hier geht's nicht lang? Ja, ja, du, Mirko, ich will, ich will auch, ich hab's dir schon gesagt, ich will auch nicht zu dir hin. Die lichter tief im Meer. Mirko, das ist, das ist gruselig, wenn du das so sagst. Wo ist er denn? Oh. 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 Oh, no. Oh, oh. Scheiße. Ich mag die Wassertanks aber nicht. Du, ich mag hier gar nichts, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt habe ich es. Nee. Ach, Scheiße. Nein. Achso, ich drücke jetzt hier nichts. Ach komm, ey, dann leck mich. Muss aber. Mirko. Mirko, wir müssen über manche Sachen reden. Meine Taschenlampe geht gleich aus. Es ist kalt. Mirko. Mirko? Ach, Gott, ey. Mirko. Kaffee Taschenlampe, ey, doch ein bisschen. Ey, das hat sie ja schon öfters gesagt, dass es kein gutes Ende nimmt. Ich glaube auch nicht. Ach, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ach, Scheiße. Kann man nicht irgendwie was dagegen machen? Also es gibt so schöne Chirurgen, die machen alles. Oh, Gott, das ist so, ey. Ach. Dein Ach, ich leck mich doch am Sack, ey. Oh, oh. Hallo? Ey, geht doch nicht da rein, ey. Jetzt ist also langsam hacktet bei euch. Mirko? Was war das gewesen? Oh Gott, da ist jemand tot. Oh Gott, ich guck dich hin. Du, 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 sagen sie alle. Oh Gott. Ich meine Schuld. Scheiße, Alter. Lecko mio, ey. Alter, hier ist überall Blut. Kippo, was hast du gemacht? Ey, du, diesem Plan hilft mir wieder nicht. Jetzt bin ich da. Wie gesagt, warum ich mich ducke, einfach keine Ahnung. Kennt ihr das? Was heißt, das ist denn so? Wo ist denn der? Ist der hier bei mir denn näher? Okay, abgeschlossen. Äh, ja, Mirko, ich lass dich allein. Ist in Ordnung. War schön mit dir gewesen. War, ich geh jetzt, äh, Pause machen. Du weißt ja, das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Wenn du erst mal acht Stunden arbeiten willst, dann musst du halt wenigstens eine halbe Stunde Pause machen. Oh. Okay, dann sieht das so aus, als könnte ich da hinspringen. Jesus. Ah, Lecko mio, ey. Shit. Ich kack mich gleich ein, ey. Ich muss dich warm. Jesus. Oh. 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 Ja, auf ein neues. Okay. So, upstairs, Kabine, in die Kantine, okay. Ach, du Scheiße. Äh. Was ist das für ein Licht? Eigentlich sollte ich es nicht aufmachen, aber irgendwie ist wieder Nacht. Ja, das ist ein schöner Name. Trotz, Trotz. Trotz, äh, gehe ich jetzt. Ja, aber ist eigentlich ein schöner Aufenthaltsraum, wa? Ja, gut, auf einer Bohr-Insel, die müssen gut ausgerichtet sein, die Billardtische, das ist ganz klar. Ja. Ja. Oh. Ah, let me show my sake. Ah, Gott, ich will in Sicherheit. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who? Who's dead? How? Douglas. Trotz, I think. I don't know. It's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe. You know what I mean? I do. I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look. It just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Renick's say-so? Roy, did you hear, Renick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking Sea. Right. The lifeblocks, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path. And once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here. Don't worry. Getting some extra prayers in. We're gonna need them. Cass, um, you won't leave me. It's bloody terrifying up there. I'm not leaving you back. I wouldn't blame you if you did, mate. You've got all the food in here for a start. Listen. You're a man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Warum? Ey, Cass, wir bleiben einfach beide hier, bis Hilfe kommt. Okay, guck mal, wir haben hier richtig viel. Guck mal, hier ist richtig viel Essen. Guck dir das aber an. Dosen. Bohnen. Ja. Baked Beans. Alter, feit, hier ist richtig viel. Ah. Ja, kannst du auch eine Zigarette für mich? Ah, ja, das ist, das ist ein Scheißtag.